So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Best 2014 Turnier. Wir sind im letzten Spiel vor dem Ausscheidungsturnier, der Crazies Kolumbien-Ich-Bin-Kubayt. Also, letztes Spiel, Gruppe H. Kolumbien gegen Kubayt. So, dann, geil los. Wir haben gerade festgestellt, dass wenn Kuwait gewinnt, Gauna raus ist. Boah, hallo. Gell, weil wir es. Überhaupt keine Frage, wer so spielt, der hilft einer neuen Satz. Gehörgulusi ab. Jetzt aber! Und aufs Tor! Der Ball ist im Netz! Jetzt also, wirklich dieses Spiel endgültig! Der hat einfach gepasst, der hat gepasst, das kann man nie anders sagen. Unhaltbar, hat er gerade gesagt. Hast du halt geschossen? Hm? Habt du dich geschossen hast? Doch. Aber du hast gesagt, du hast gepasst, du hast gepasst. Ja. Boah. Ja. Boah. Boah. Alter, manchmal. Was? Scheiße! 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 Es spiegelt ja schon beide. Ich bin mad. Hofer nicht weg. Schau! Ah, voll versendet, alter. Scheiße, sah gut aus, aber... Ja. Das kann man so auch nicht mehr ändern. Sollte nicht sein. Glaube ich dir, und jetzt glaube ich dir, alter. Der sah so geil aus. Was glaubst du mir? Ja, dass das nicht so... aussehen sollte. Ja, 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 ja. Ich mach's immer wieder, ne? Boah! Warum der den nach oben gezwitschert hat? Keine Ahnung. Komischer Schieß, Mann. Ganz stark, wie er da den Passweg erahnt und zugestellt hat. Och, Sau! Was war denn jetzt? Für was? Ich hab keinen Blanche gemacht. Ist... Schon läuft der Gegendangriff. Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber als Handwerkskapparat wissen dich natürlich die Frage gefallen lassen. Warum? Warum hält geht ihn nicht? Da geht der Ball weit nach vorne. Oh, das ist da. Der blöde, 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 der blöde. Oh! 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 Scheiße! Boah! Boah! Mann! Reicht's aber hier. Boah! 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 Alter, Alter, das war ein ganz knappes Ding, ne, mein Freund? Ach, wenn du ständig, wenn du dich auf deinen Scheiß-Gräten halten kannst, kann ich doch nichts dafür. Alter, gehst du jedes Mal hin, bei jedem kleinen Stubbsau, oder nicht? Ja. Aus der Aktion wird nix. Arsch. Äh! Schwein. Oh. Das war ne schöne Fahrkarte. Ja. Ja. Naja, du Kuhbeide. Oder ist der Ballverlust? Nee, der Ball ist weg. Er versucht's alleine. Ein guter Lauf. Ich. Da kann er sich lösen. Ein langer Ball nach vorne. Nicht doch zu dem, oh Mann! Wohl zu dem und drunter, ne? Halt mit, das, R2, L1. Und sie doch anvisieren. Kommt doch mal an der Situation, ist schnell drauf. Ja, ich will es. Das sieht ja immer, als du zu spät bist, sodass du dein Team geht, oder du hinschelst. Äh, das ist ja das Problem. Scheißen kann man immer noch. Wies. Oh, ein Idiot! Und jetzt Fallkehau. Na, oh, er läuft nicht hin, das soll sind, das! Boah, was ist denn hier los, Alter? Oh, ich bin hier mit einem Torwart gestolpert. Alter! Du kannst du mit einer gewissen Spielintelligenz schon mal kommen, aber du solltest das dann etwas kunstvoller ausführen. Boah, der Torwart sieht den Ball, der bleibt genau vom Ball stehen. Das sah gerade komisch aus, irgendwie. Das war wirklich kein gutes Zuspiel. Heißer! Oh, Mann! Dammte Ficker hier. Ach, aber irgendwo lauf ich denn immer hin? Was mach ich denn hier? Ach, scheiße. Soweit. Ach, Gott. Er steckt ihn durch. Das war ein alter Tafalspiel und deshalb gibt es den Freistoß. Was denn jetzt? Oh, Mann. Oh. Deine Typen. Echt, die sind echt übel. Ja, übel. Ey, die fallen wegen jeden Scheißen. Ja, ey, was? Die blenden Sie Fußball. Doch nicht nur hier, das ist doch immer so. Ja, übelst, ey. So was. Doch immer so, weil Pest, dass die wegen jedem Scheiß auf die Fresse fliegen. Und weg ist der Ball. Ist ja nicht nur hier, aber dem Spiel ist es generell. Gute Schussposition. Oh, Mann. Einfach nur weg. Oh, doch nicht zu dem, Alder. Oh, da, du ein Wichser, jetzt macht er mir, Mann. Mein eigener Spieler steht mir im Weg rum, verfickte Dreckschreißer, Scheißdreck. Passt doch, Mann, du Wichser. Oh, ich bin mal da. Oh, ey, ich passt hier in Ewigkeit und er Post einfach nicht. Oh, ja. jetzt das steht und er hat er schon vorfügt wird ich könnte darüber können kreuz und schwer durch die Wohnung schmeißen die so ich hätte es wäre diese Lopper sie zu scheiße am Anfang hast du gesagt wurde es cool wenn wir mal ab und an mal macht zu selten die Bühne an die Schatten Ungefähr wie so ungefähr wie so ein Fallrückzieher, so selten, selten, aber ständig. Ganz stark, wie er da den Passweg erahnt und zugestellt hat. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und abgefangen. Oh, mein, 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 mein. Hey, Wahnsinn, die haben den Namen eingetan, also der Ecke schießt, mitgekriegt. Oh, echt? Ja, hat er gerade gesagt. Aber alter, alter, Eckfach, ne Scheiße. in der Eckfahne die haben die Ecknamen Namen gedacht gefixt der Torfohre nach einem halben Jahr nach einem halben Jahr dass das den das selber nicht auffällt manchmal kommt mir das so vor als ob die das Spiel selber nicht testen das ist halt da und ob das funktioniert oder nicht ist scheißegal so kommt mir das immer vor bei den Entwicklern heutzutage irgendwie da ist doch gar keiner was macht er denn das Faktion Derby mit Fußballspielern kleines auseinander neben meiner Spieler so er bleibt stehen was macht oh alter oh was macht das jetzt alter oder um Kreis gedrückt um warum keine Ahnung ich komme nicht mehr über die Mittellinie die es gibt durch sie gelten ich will in den Strafraum dann würde ich mal so ansatzweise mal wieder ein Tor in Krieg weg damit hier was sie denn damit aus der Aktion wird nichts hier bin du hast ja gar nicht raus naja äh egal ne der Ball ist ja gar nicht raus du hast gesagt win kubit gewinnt so rum hast du gesagt ach so rum dann ist so rum das steht das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment das passt ja der war wichtig das war eine richtig starke Rettungsstart ganz so ein Kompliment an den Mann zwischen den Posten ein Kopfball und 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 ja boah das ist hier schon ein komfortarmes Bunster Klebball ne das ist ein Köln klebt da hat er gelebt bei über dem Markt und und Magnet der Magnetschule da hast du den Ball gehabt dahinter und dann hat ich ein Video ja mag du hast du den Ball Magnetschule mir von mir vom Fuß gesorgt ich hatte den Ball du siehst du ne der Ball dann weg vom Fuß nein der war ein Fugel so los gemacht ja mein Gott das ist halt ein Magnetrunnen so gut das ist auch jetzt ein komfortabler Vorsprung eigentlich muss das reichen für mich ach 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 da wird vor der die kürz das das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Ein langer Ball über die Abwehr. Da ist die Chance. Der Passgang genau richtig. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke. Also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Christian Zapata spielt das Ding lang. In den Rücken der Abwehr gespielt. Ja! BAM! Ich hab überhaupt nicht geschrieben. Ich hab überhaupt nicht geschrieben. Ich hab ja gemacht. Ich hab wohl überhaupt nicht geschrieben. Ich hab ja gemacht. Ja, so ungefähr war das gerade. Komm so. Yeah! So kommt der so frei zum Abschluss. So kam das gerade bei mir an. Alter! Mann! Jetzt hat er endlich ein Tor. Yeah! Da freut sich der Onkel. Und halt nicht. Ich weiß ich halt nicht. Gut. Sondern nichts gewonnen. Ja, aber schon halb. Ähh. Ne, uäh. Das heißt, halb gewonnen. Also du wirst schon mal. Ähh. Halb unentschieden. Heilpollegin. Und jetzt Fallkehau. Ertreibt den Ball durch. Und bitte. Der Abstand vergrößert. Der Abstand vergrößert. Der Abstand vergrößert. Der Abstand vergrößert. Das kam gerade gut. Ich tue Onkel. Leck mich doch. Ungefähr, ne? Kann man so sagen. Kann man schon so ausdrücken. Fick dich doch mit deinem scheiß Kolumbien. Der blöden Koks on. Der war aber knapp. Sehe ich gerade so eine Wiederholung. Gut, dass das letzte Spiel ist. Mal spürt langer Müde. Ne, so nichts. Das war doch wirklich ein gutes Zuspiel. Boah, bist du gemein. Wieso? Da siehst du. Ja, das kostet Kram. Flanke. Das gibt Freistoß. Ne, jetzt. Endlich. Ich wollte doch nicht. Nein. Ne, hier unten. Ich war schon unten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er versucht, um mit den nach innen zu flanken. Ich stelle mich mal hier hin. Ja, stelle mich da hin. Oder schießt der Onkel einfach daneben. Das ist ein Schnippelmeister. Das ist ein Schnippelmeister. Reit. Ich stelle mich da hin. Der war eh zu hoch, ne? Das sehe ich gerade. So, stelle ich mich da hin. Ich stelle mich da hin. Und dann schießt der Onkel einfach daneben. Ja, hier ist Sackasse. Oh. Nein. Nein. Ach. Ach man, jedes Mal die scheiß Fehler. Mann. Gut gemacht. Gut abgefangen. Christian Zapata hat ihn wieder. Stark gemacht. Der Konter läuft. Versucht die Gasse zu finden. Der Assistent lässt die Fahne unten. Buschmusik. Auch da steht kein Schwanz, warum nicht? Ach, Mann. Ach. Weg ist der Ball. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Der Torhüter Block der Ball. Da braucht man gute Nerven, wenn man so ein Ding liegen lässt. Das ist die alte Weisheit. Wenn du die Tore nicht machst, dann hast du ein riesen Problem. Sie liegen klar zurück. Sie müssen bald treffen, wenn sie hier noch was reißen wollen. Was macht er? Er spielt in der Form in den feinen Raum. Nein! Lustig ist, dass der ihn gar nicht angenommen hat, der im Abseits stand. Also, ja. Ach, ich empfehle sie zu früh. Ach, das ist doch nicht nett. Das kann man besser lösen. Schon läuft der Gegend. Oh! Macht er gut! Was tut? Guck mal hier, wenn ich den Schalter ja klar war, wenn er wieder rumspinnt. Wieder geplumpst über über was weiß ich, über einen Lüftstoß. Du hast mich voll umgegrägt, oder? Ja, 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 ja. Boah! Schöne Chance, aber vertan. Du liegst klar hinten. Du brauchst eine Menge Moral und dagegen. Dann belohnt die Mannschaft sich nicht und lässt diese Chance liegen. Jetzt kommt er doch noch! Also, kriegst du nicht ab. Du gebst hörst du aber noch so fies. Von petitioner Gerkr. Paulist Pferde aus. Hier ist 100. Das war Arabisch. Na gar nicht mehr наконец. Ich bin doch ... Ich bin aber auf señorким daran gekommen. Warum dann wurde die Amerikaner auf dir riots qweraum? dimmt deux citizens die man suitcase zuingersinnen? Du bist du API furt medo님? Nein, dieser Wichser! Ach, Mann. Es ist doch zum Katzen. Oh, genau das. Und bumm. Und putz. Und putz. Öl. Öl. Oh. Ja! 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 Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Naja. Weiß. Er nimmt den weiten Weg. Boch! Meine. Nein, nein. Uaaaaah. Ne. Der Toter steht hier exzellent zum Geschehen. Und stopp auch nicht. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Neun. Neun. Eeeh, was? Alter, das war ein Foul Hallo, Chinesen Oh, das gibt's doch nicht Oh, Mann Mann, ey, Alter Was ist denn? Nein Doch Wirst du unbedingt Ghana raushauen Ja, unbedingt Ne, ich werd gewinnen Naja, gut, dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Das war das letzte Match Morgen seht ihr dann erstmal Ja, vor der, vor der, vor, 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 vom Achtelfinale Äh, also vom Achtelfinale Äh, ja, und morgen seht ihr erstmal das Video Wo wir uns wieder, äh, die Mannschaften aussuchen Und Wo sie dann in die Tabelle eingeordnet werden Und das auch wieder auf unsere Art Weil Weil, geht's sonst nicht anders, ne? So Bis Dann würde ich sagen Morgen Äh, auf Gamers Check Gipi Und Tschüss 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 Vielen Dank.